Musik Heute möchte ich euch eine sehr einfache Mütze zeigen. Es ist egal, welche Wolle ihr verwendet, wichtig ist, dass ihr eine Maschenprobe macht. Zu der Größentabelle findet ihr einen Link in der Infobox. Ich benutze von Lana Grossa die Ragazalei. Die Wolle hat auf 50 Gramm 40 Meter Lauflänge. Die Farbnummer ist 012. Das ist Anthrazit oder Dunkelgrau, denke ich. Außerdem benutze ich eine 40 oder eine 50 Zentimeter lange Nadel, Nadelstärke 8 und eine Nadelstärke 9. Laut meiner Maschenprobe stricke ich auf 10 x 10 Zentimeter 10 Maschen und 15 Reihen. Mein Kopfumfang ist 56 Zentimeter. So groß stricke ich aber nicht, sonst wird die Mütze zu groß. Also rechne ich 50 Zentimeter. Es spielt keine Rolle, welche Wolle ihr verwendet. Wichtig ist, dass die Maschenzahl teilbar durch 6 ist. Bei mir die 50 Zentimeter sind 50 Maschen, also ich werde 48 Maschen anschlagen. 48 ist ja durch 6 Teilbar. Achtet darauf, dass ihr die Maschen sehr locker anschlagt, sonst wird die Mütze zu eng. Dann kontrollieren wir, dass die Maschen nicht verdreht sind und wir können das Bunt stricken. Es ist egal, was für Bunt ihr strickt. Ihr könnt auch eine Masche rechts, eine Masche links oder zwei Maschen rechts, zwei Maschen links stricken. Ich werde jetzt eine Masche rechts verschränkt und eine Masche links stricken. Ich finde das bei Frau N sieht ganz toll aus. Die erste zwei Maschen stricken wir mit beiden Fäden ab, damit wir einen schönen Rundübergang haben. Und dann eine Masche rechts verschränkt, also ich stricke den hinteren Faden ab und eine Masche links. Eine Masche rechts verschränkt und eine Masche links. Ich möchte ungefähr so einen 5 oder 6 cm Bunt haben. Hier sieht man schon, die rechten Maschen sind verdreht und sind auch ein bisschen enger als die normalen rechten Maschen. Ich habe 6 cm gestrickt. Jetzt wechsle ich die Nadel und ich werde mit Nadelstärke 9 weiter stricken. Wir stricken nur rechte Maschen. Und wie viele Reihen wir jetzt stricken, das zeige ich euch jetzt. Es ist ganz ganz einfach. Wir haben 6 cm Bunt gestrickt. Jetzt stricken wir die Mütze gerade und dann kommt die Abnahme. Es ist egal, wie viele Maschen ihr habt, die Abnahme werden wir über 6 Reihen stricken. Dann rechnen wir aus, wie viele Zentimeter sind diese 6 Reihen. Bei mir sind 4 cm. Ich möchte eine Mütze stricken, die 22 cm ist. Also 6 plus 4 ist ja 10. 22 minus 10 ist 12. Ich werde 12 cm gerade hoch stricken. Blitzschnell bin ich. Ich habe ein bisschen zusammengeschnitten, sonst wären wir nie fertig. Ich habe diese 12 cm gestrickt. Jetzt fangen wir mit der Abnahme an. Die Abnahme ist auch sehr einfach. Ich habe auf Nadelspiel gewechselt. Wie ich schon gesagt habe, wir stricken die Abnahme über 6 Reihen. Aber du musst dir nur 4 Reihen merken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. In der ersten Reihe stricken wir 3 Maschen rechts. Und 3 Maschen rechts zusammen. Und das in der ganzen Reihe. In der zweiten Reihe stricken wir eine Reihe ohne Abnahme. Ich hatte gerade das ungarische Blatt vor mir, aber ihr habt das trotzdem verstanden. 2, 3 Maschen rechts. 3 Maschen rechts. 3 Maschen rechts. 3 Maschen rechts. Und 3 Maschen rechts. zusammen. Das wiederholt ihr in der ganzen Reihe und dann strickt ihr noch eine Reihe ohne Abnahme. So sieht die Mütze aus, wenn die ersten zwei Reihen fertig sind und die dritte und die vierte Reihe ist auch ganz einfach. Dritte Reihe zwei Maschen rechts, zwei Maschen rechts zusammenstricken. Ich habe hier was abgeschnitten von dem Video aber. Und vierte Reihe wieder eine Reihe ohne Abnahme. Also zwei Maschen rechts und zwei Maschen rechts zusammenstricken. Wieder zwei Maschen rechts und zwei Maschen rechts zusammenstricken. Und das wiederholt ihr in der ganzen Reihe und dann kommt eine Reihe ohne Abnahme. So sieht aus. Langsam wird was. Jetzt habe ich sechs Maschen auf einer Nadel. Die fünfte Reihe ist auch einfach. Eine Masche rechts und zwei Maschen rechts zusammenstricken. Jetzt kommt keine Reihe mehr ohne Abnahme. In der sechsten Reihe. In der sechsten Reihe werden wir sofort die nächste Abnahme machen. So kriegen wir eine schöne abgerundete Mütze. Also eine Masche rechts, zwei Maschen rechts zusammen. Eine Masche rechts und zwei Maschen rechts zusammen. In der ganzen Reihe. Die letzte Reihe kommt. Also die sechste Reihe. Hier werden wir jede zweite Maschen zusammenstricken. Je zwei Maschen zusammenstricken. Ich hoffe, ich sage das gut. Mein Deutsch verlässt mich heute. Also je zwei Maschen rechts zusammenstricken. Wenn du eine dünnere Garne verwendet hast und noch dir zu viele Maschen übrig sind, dann machst du einfach noch eine siebte Reihe. Je zwei Maschen rechts zusammenstricken. Wichtig ist, dass die am Schluss zwischen sechs und 18 Maschen geblieben sind. Wenn wir fertig sind, schneiden wir den Faden ab und wir ziehen ihn durch die Maschen. Ich empfehle euch den Faden erstmal nicht anzuziehen. Das machen wir ganz am Schluss. Die dritte Nadel noch. Die dritte Nadel noch. Und die vierte. Ich ziehe den Faden immer noch einmal durch die erste Masche. Jetzt stecke ich die Nadel in die Mütze rein. Drehe ich die Mütze um. Und jetzt ziehe ich den Faden an. Ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat. Und ich wünsche euch mit der Mütze viel, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.